Willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es um Haustüren und deren Verschluss. Denn anders als man das vielleicht in Deutschland hat, da hat man vielleicht einen Universarschlüssel, das heißt einen Schlüssel für sein, ich halte es mal so, da kann es keiner kapieren, einen Schlüssel für seine Wohnungstür und der Schlüssel kann auch unten die Haustür aufschließen. Hier in Neuseeland ist das ein bisschen anders. Dort haben wir solche Tags, Chips, NFC-Chips und dann gibt es solche Swipe-to-Tag-Dinger. Da muss man also den NFC-Chip dranhalten und dann wird einem die Tür aufgemacht und das ist meistens bei der Haustür der Fall. Und bei Wohnungstüren benutzt man dann den normalen Schlüssel. Aber bei Haustüren, um die Wohnung überhaupt erreichen zu können, um in das Treppenhaus zu gelangen oder hier auch mit großem Anteil, gerade bei Wohnungen gibt es Rezeptionen, wo also eine Firma sich darum kümmert. Dort können dann auch Päckchen und so weiter abgegeben werden. Eine wirklich tolle Geschichte. Natürlich in Auckland, da wo so große Hochhäuser stehen. Hier gibt es glaube ich in dem, wo ich jetzt hier wohne, 16 Stockwerke, nein sogar 17 Stockwerke. Fahrstuhl, so heißt das Gerät, der Lift, der geht nur bis zum 16. und dann muss man zu Fuß gehen. Zum 17. Also auch eine ziemlich interessante Geschichte, wie ich finde. Zumindest für die Leute, die vielleicht so etwas anderes Ähnliches gedacht haben. Also so ein einfacher NFC-Chip, da ist keine Batterie, gar nichts drin. Das ist eine ältere Art, ihr seht, das wird auch schon etwas länger hier benutzt in Neuseeland, das System. Und das funktioniert nicht nur für hier normale Eingangstüren, sondern eben auch für Kellerräume zum Aufmachen, die von der Allgemeinheit irgendwie aufgemacht werden sollen. Oder besondere andere Räume, die irgendwie in Universitäten und so aufgeschlossen werden müssen. Die werden mit so einem Tag aufgeschlossen. Ich glaube auch eine ziemlich interessante Geschichte. Wie wird das bei euch gemacht? Benutzt ihr immer noch den alten Schlüssel? Das Universalschlüssel für verschiedene Sachen? Oder auch habt ihr da noch mehrere Schlüssel? Dann nutzt ihr hier den Briefkastenschlüssel. Oder habt ihr auch so etwas Modernes wie ein NFC-Tag oder ein Zahlenkonto oder eine Karte oder irgendwas anderes, wie man so ein Hotel kennt? Würde mich mal interessieren, könnt ihr im Kommentarbereich hinterlassen. Und das war es für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao!